Ein flauschiges Hallochen, ihr Süßen und willkommen zurück zu MyTime mit Porsche. Warum habe ich einen Regenschirm in der Hand? Ich weiß nicht, ob man es hört, meine Stimme ist mal wieder ein bisschen angeschlagen. Und jetzt muss ich erstmal gucken. Ich brauche Schweißstab, 5x Ventil, irgendwas... Ich muss... Welche Regenschirme herstellen muss, genau deswegen. Ich bin gerade am überlegen. Ich nehme mal einfach so ein paar Dinge mit, von denen ich weiß, dass ich sie für irgendwas noch brauchen werde. Das brauche ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Und es ist ein paar Tage her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und ich werde auch heute nicht lang aufnehmen, weil meine... Meine Stimme lässt wirklich nach. Die ist heute nicht gut. Und Kopfschmerzen habe ich auch, seit irgendwie draußen ein Böller losgegangen ist oder so. Und mit draußen meine ich, es hat sich angehört, als wäre es direkt vor meinem Fenster gewesen. Und das war sehr unangenehm. Und ich habe praktisch instinkt Kopfschmerzen bekommen. Das war furchtbar. Nein, Benzin aufgebaut. Warum? Warum bist du aufgebraucht? Benzin. Das kann ich nicht gutheißen. Bei dir ist aber noch Benzin drin, ja? Ja, da ist noch... Da ist noch drin. Okay. Zweimal kleiner Motor. Nein, zurückholen ist das. Wollte ich das hier vielleicht einfach herstellen, dass wir die... Ja, dass wir die Bewässerungsanlage fertig machen konnten. Genau. Konnte ich denn den Schweißstab schon irgendwie herstellen? Nein, denn der wäre ja fast mehr danach. Carbon-Stahl-Barren, Kupfer. Jetzt muss ich mich erst mal nach und nach um die Sachen hier kümmern. Ich brauche Stoff. Und jetzt müsste ich theoretisch doch... Stahlplatte. Kann ich noch mal eine Stahlplatte schon wieder herstellen? Nein, dafür brauche ich erst noch mehr Carbon-Stahl-Barren. Dann werde ich aber noch mal Carbon-Stahl-Barren herstellen. Ja, wobei das sind 22, das sollte reichen. Okay, schauen wir erst mal nach den Regenschirmen, damit ich mir gleich einen neuen Auftrag holen kann. Das müsste ein Accessoire sein. Und ich brauche genau noch zwei Stück. So, wir haben die Regenschirme. Sehr schön. Dann könnte ich das hier eigentlich fertig bauen, oder? So, jetzt haben wir das Bewässerungssystem. Theoretisch... Ist das nicht jetzt fertig? Genau. Wassermotor. Besonderer Gegenstand. Das heißt jetzt... Ich müsste noch ein Wasserrad bauen. Ich weiß gar nicht, was ich da schon... Ich habe da schon irgendwas gebaut für irgendwas und ich weiß nicht was, aber... Ich brauche auf jeden Fall noch ein Wasserrad. Wassermotor? Das war... Stimmt, ich habe ein Wasserlager gebaut. Jetzt müssen wir noch das Wasser... Rad bauen. Was brauche ich denn für das Wasserrad alles? Carbo... Oh, vielleicht stelle ich auch doch noch mal ein paar von den Carbon-Stahlbarren her. Hartholz 50, alte Zeile. Das ist ein großer Eiseneimer. Brauche ich den großen Eiseneimer her? Möchte ich den herstellen? Moment, ich mache jetzt einmal ganz kurz hier, dass ich Carbon-Stahlbarren... ...nachlege. Und dann tanken wir gleich auf. Und dann gehen wir jetzt einmal ganz fröhlich und frisch uns einen neuen Auftrag abholen. Ähm, nee, nicht abholen, sondern erstmal hier an den Briefkasten. Sora, Doktor... Ah, Doktor Zus Bücher sind angekommen. Wir sollen sie ihn bringen. Perfekt, dann machen wir das doch mal. Ich habe da noch mehr. Achso. Einsammeln. Gut. Ach, wir haben die zugeschickt bekommen. Ja, das ist ja lieb. Sehr schön. Und da ist unser süßes Pferdchen. Moment, ich muss das erstmal streicheln. Wir interagieren mal mit ihm. Wir streicheln es. Oh, es ist so ein Cutie. Ja. Du bist ein feines Pferd. Okay. Wir reiten auf dir. Ich muss erstmal Regenschirme abgeben. Kann ich den Regenschirm abgeben? Giftig. Ah, das möchte etwas. Ja, das wusste ich ja schon. Hier muss ich die... Ich könnte vielleicht schon das erste einbauen. Das hier ist Doktor Zus Bücher. Und da sind die Regenschirme. Dann gehen wir erstmal zu den Regenschirmen, natürlich. Ah, das kann ich leider gerade noch gar nicht helfen. Und dann laden die Sachen wieder. Ah, das kann ich noch gar nicht helfen. Ich finde das immer noch etwas... Wie die Sachen einfach nachladen. Ich glaube, die waren für die Schule bestimmt. Wenn ich das noch richtig im Gedächtnis habe. So, dann können wir jetzt hier einmal rein. In Portias Wunderschulschule. Da möchte man ja fast selber nochmal Schüler sein wollen hier. Wobei, das ist glaube ich Grundschule, das wäre. Danke, das würde mir sehr nutzen. Gern geschehen, gern geschehen. Und wenn ich schon mal da bin, und wenn ich rede so selten mit dir. Oh, das ist doch schön. Dann gehe ich aber jetzt mal wieder, denn ich muss einen neuen Auftrag annehmen. Und wofür habe ich das Wasserlager gebaut? Jetzt weiß ich das echt nicht mehr. Okay, wir reiten erstmal. Wir reiten. Da fehlen Häuser. Ich wollte gerade sagen, da fehlen Häuser. Das ist heute irgendwie schlimmer als sonst. Ist das in meinem Update? Also nicht im Spiel, sondern Windows. Ich rechne immer damit, dass die Windows-Updates irgendwas kaputt machen. Ich verzeihe Windows nicht, dass es mir einmal den Computer fast erschossen hat. Was möchtest du? Pelzschals. Nee, ich weiß nicht, ob ich die herstellen kann. Kristallhalsketten. Oh, die sind so anstrengend. Kupferplatten. Ja, die Kupferplatten, die klingen doch gut. Außer wir würden hier... Na gut, hier würden wir natürlich mehr Geld bekommen für die Kristallhalsketten. Und mir fehlt eigentlich nur der Kristall. Das muss man ja sagen. Es ist eigentlich nur der Kristall. Hier, das wäre aber einfacher mit den Kupferplatten. Aha. Fünf Tage dafür. Wisst ihr was? Ich mache mal das hier. Oder kann ich noch was annehmen? Kann ich dich auch noch annehmen? Nein, schade. Ich probiere es immer mal wieder, aber ich glaube, dafür muss unsere Werkstatt noch besser werden. Hey Presley. Metallicis der Welt. Oh. So. Ich könnte ja auch mal wieder Arlo suchen. Aber erstmal gehen wir, glaube ich, einfach einmal in die Baumschule und installieren schon mal die erste Sache. Ha! Wo ich gerade von ihm rede. Hi Arlo. Wie geht's dir? Wenn es schief geht, schau dir die schiefsten Ruhe, schau dir die Wälde. Schau dir, die Sicherheit zu first. Natürlich. Ha! Und wenn etwas schief geht, dann rufe ich einfach dich. Genau, das werde ich tun. Okay. Einmal zur Baumschule. Und ich glaube, Fische fangen sollte ich auch wieder. Wir haben auch vor allem noch in den Toxic... Ne. Nicht Toxic Wastelands. Das wäre ja noch schöner, wenn die giftig wären. Nein, also hinten in den Ödlanden. Da haben wir ja auch noch... Ah, ja. Ein bisschen schneller. Da haben wir ja auch tatsächlich noch... Ja, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Wir haben eigentlich ja die Ebene schon fertig und das ist gar nicht hier. Kann ich das jetzt benutzen? Das Ding hier? Das glitzert so. Können es aber noch nicht benutzen. Okay. Äh, nein. Entschuldige, Pferdchen. Ich wollte mit dir reiten. Ich gehe schon mal da runter, wo man das installieren kann. Ich folge einfach dem Pfeil. Das wird dann schon... Ich brauche 50 harte Holz, oder? 50? Wir werden es sehen. Okay. Wassermotor installieren. Das war die 8. So. Der Wassermotor ist da, wo er sein soll. Fehlt noch das Wasserrad. Leider. Das wird noch eine Weile dauern. Vor allem die Eimer. Ich fahre mich gerade ernsthaft, wo ich die Eimer finde. Oder ob ich die herstellen kann. Ah, Moment. Herstellen. Das war die falsche Taste. Herstellen müsste ich doch sehen. Au, natürlich. Dr. Xoo. Ah, Moment. Baumschule retten. Ich mache das hier mal weg und tracke Dr. Xoo stattdessen. Ich gehe jetzt mal Dr. Xoo suchen. Der könnte gut und gerne in seiner Arztpraxis sein. Und da spawnen Dinge nach. Das ist gerade tatsächlich ein bisschen unpraktisch, was hier alles aufploppt. Das liegt am Herbst. Das hat angefangen mit dem Herbst. Das ist irgendwie ganz komisch. Aber wir finden Dr. Xoo, der ist bestimmt in seiner Klinik, oder? Inzwischen? Ja. Der ist inzwischen oben in der Klinik. Dann gehen wir erstmal dahin und schauen mal, was er dann noch so von uns vielleicht möchte. Ob wir ihm irgendwie noch behilflich sein können. Während wir halt warten, dass die Sachen hergestellt werden. Das dauert manchmal schon ein bisschen länger. Müsste uns theoretisch... Ah, da joggt er vorbei. Ich habe vergessen, was er genau von uns möchte. Und ich wollte das nachgucken nochmal. Ach, da ist Arlo. Da ist das fliegende Schweinchen. So, hier ist die Klinik. Dann gehen wir da mal rein. Der liebe Dr. Xoo braucht ja seine Bücher. Da ist er. Nicht weggehen. Nicht weggehen. Au, meine Bücher. Ich habe so lange auf sie gewartet. Was ist mit ihrer Hand passiert? Sie sieht verletzt aus. Wir bekommen mehr und mehr Bücher in die Klinik. Ich hätte gerne einige Regale für diese ganzen medizinischen Bücher. Hefte Design. Die Klinik hat einfach die Vorlagen dafür, die Baupläne. Da kann ich nichts machen. Sieht aus, als wäre ich nicht so sonderlich talentiert, wenn es um diese Art von Arbeit geht. Dann übernehme ich das doch. Oh, ich kann mich auf dich verlassen? Wunderbar. Natürlich können sie das. Ich helfe doch gerne. Wir müssen ein Bücherregal herstellen. Das kriegen wir doch bestimmt hin. Aber wenn ich schon mal hier bin. Ah, der Herbst ist die schönste Jahreszeit für Mosk... Nein, es ist... Doch. Der Herbst ist die beste Jahreszeit. Außer wenn es um Moskitos geht. Ich habe mit meinem Lehrer zusammen in Sisei ein Moskito-abwehrendes Gras gesammelt. Aber ich war nicht in der Lage, dasselbe in Porsche zu tun. Was für ein Schande. Wie schade. Okay. Ich soll ein Bücherregal... Ups. Knoten in der Zunge. Braucht natürlich auch Kupferplatten. Da war Phyllis gerade. Wir reiten jetzt aber einfach mal ganz eiskalt. So wie wir es immer machen. Über Stock und über Steine nach Hause. Er braucht schon Wege. Da ist Isaac. Für ihn hätten wir theoretisch die Kristallhalsketten machen können, wenn wir das gewollt hätten. Gut, ich durche mal aber nichts. Okay. Dann schauen wir doch mal, dass wir eventuell... So, die Kräutertees sind fertig. Das Fleisch ist fertig. Dann legen wir da auch gleich nochmal Neues drauf. Solange wir noch ein bisschen Salz haben. So. 50 Hartholz. Einfach nur Hartholz. Keine Dielen. Nur das Holz. 10 Teile. 10 große Eiseneimer. Das will ich jetzt mal gucken. Moment. Das wäre bei unserem... Handbuch. Bei den Gegenständen. Große Eiseneimer. Die kann man doch bestimmt herstellen. Ah, da war der Pelzschal. Wir hätten den Pelzschal herstellen können. Ich muss mal gleich gucken, wie wir den herstellen können. Was wir dafür brauchen. Großer Eiseneimer. Das ist vermutlich... Ist das ein Möbel? Ne, Möbel kann es ja eigentlich nicht sein. Vielleicht ein Crafting-Gegenstand. Aber ich gucke hier trotzdem mal. Man weiß ja nicht Bücherregal. Das müssen wir jetzt herstellen. Großer Eis... Ich hätte gerne so eine Suchleiste. Großer Eiseneimer. Arbeitstisch 2. Okay. Können wir also scheinbar herstellen. Dann gehe ich mal kurz da nach hinten. Und gucke mir das hier an. So. Ein Bücherregal. Ja, das können wir herstellen. Sehr schön. Und das war jetzt theoretisch ein... Ich weiß gar nicht, was das war. Ein Eiseneimer. Ist der hier? Ja. Ah, das geht ja. Das geht ja. Okay, wir brauchen mehr Kupferrohre und Eisenbarren. Die kann ich herstellen. Dann lasse ich einfach hier Eisenbarren herstellen. Ich kann hier keine Eisenbarren herstellen lassen. Aber ich könnte eventuell Kupferbarren noch mehr herstellen. Die mache ich dann allerdings hier. Dass ich da einfach nachlege. Mit den Kupferbarren. Und hier werden die Carbon-Stahlbarren hergestellt. Von denen brauche ich auch noch einige. Wie viele Eimer brauche ich denn? Das waren 6, 8, 12. Okay, ich gehe mal kurz nach drinnen. Mal gucken, ob wir vielleicht noch Bohre haben. Aber ich glaube, die habe ich eben alle mitgenommen. Das wäre doof. Ja, die habe ich alle mitgenommen. Ich brauche aber auch Hartholz. Das heißt, ich hole mal ganz kurz Hartholz, damit wir schon mal anfangen können, alles herzustellen. Hartholz. Das war das Zeug. Nein. Das Zeug hier. Davon brauche ich 50 Stück. Da kann ich den Rest dann weglegen. Okay. Wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin. So, dann gucken wir doch mal. Hier. Das Hartholz bei der 5. Theoretisch könnte ich auch gleich das Bücherregal dann abgeben. Das war es schon. Okay. Ich würde das jetzt auch mal machen. Ich gebe mal gleich das Bücherregal ab, solange ich vielleicht Dr. Xux noch irgendwo finde. Der ist vermutlich noch in der Klinik oben. Nehme ich an. Ich rate da einfach mal hin. Und wir könnten morgen nochmal vielleicht versuchen, wir haben jetzt so viele Sachen und Verbände haben wir uns hergestellt und alles. Wir könnten morgen theoretisch versuchen, nochmal in den Wastelands diesen Dungeon zu schaffen und den zweiten Boss zu besiegen. Denn da steht ja nicht, dass ich ihn geklärt hätte. Ey. Dieses Bücherregal ist eine großartige Handwerkskunst. Selbst von Bollys Perspektive aus. Wer auch immer das ist. Danke für all die Hilfe in den letzten Tagen. Hier sind einige Sachen für dich. Hoffentlich findest du sie nützlich. Dankeschön. Wir haben Geld bekommen und die Beziehung mit Dr. Xux verbessert. Das freut mich doch sehr. So, dann können wir uns jetzt um die Kupferplatten kümmern. Platten waren das, genau. Kupferplatten. Und hier in die Collapsed Wastelands gehen wir dann einfach vielleicht morgen. Gucken wir mal. Jetzt würde ich erstmal wieder nach Hause reiten. Und dann schauen wir einfach mal, was so das Herstellen sagt und macht. Hm. Das Lama, das Weiße ist nicht von alleine da, oder? Da haben wir, glaube ich, meistens nur Glück, dass es manchmal hin und wieder spawnt. Ich würde jetzt ganz gerne mit hier kurz das Pferd... Weißt du was? Bleib mal bitte hier, mein Schatz. Du darfst rumwandern und essen, aber bitte im Großen und Ganzen bleib hier. Ich brauche drei Kupferplatten. Das sollten wir doch hinbekommen. Das müsste ich hier... Ja, gut. Ich kann schon mal eine herstellen. Drei Kupfer... Guck mal, haben wir drin vielleicht noch eine? Das wäre ja ganz praktisch. Kupferplatten, aber vermutlich nicht. Die habe ich bestimmt alle weiterverarbeitet. Ja, das sieht schon so nach weiterverarbeitet aus. Okay. Wofür auch immer das Wasserlager? Ich habe keine Ahnung mehr. Das Holz kann ich aber wieder weglegen. Ich glaube, ich werde heute auch kein Holz merken. Von daher alles gut. Okay. Ich konnte, glaube ich, am... Nee, nicht am Mixer, sondern ganz normal am Arbeitstisch konnte ich jetzt aus unserem ganzen Tee theoretisch Wundsalbe herstellen. Aber ich habe nicht genug. Irgendwas hat mir gefehlt. Für die Wundsalbe. Also, ich meine, ich kann sie herstellen, aber ich kann nicht so viel herstellen, wie ich möchte. Ah, weil mir die Baumwolle fehlt. Genau. Okay. Und jetzt wollte ich gucken, wie viel die... Was die Pelzschals alles bräuchten. Oh, Faden. Wie gut, dass ich das noch nicht hergestellt habe. Faden. Ich bräuchte 10 alte Teile. Die hole ich eben noch schnell. 10 alte Teile. Das ist falsch. Die sind in Kiste 2 drin. Und das ging jetzt... So. 10 alte Teile, bitte. Brauche ich sonst noch was? Ich hätte hier ein Stahlrohr. Hier sind die Ventile, die ich irgendwann brauche. Oh, guck mal, große Eiseneimer. Wir haben ja schon 6 Stück. Vielleicht... Vielleicht reicht es dann tatsächlich, die Herzen... Moment, ich probiere das mal. Das wäre ja so toll. Dann würde nur noch die Carbon-Stahlbarren fehlen. Okay, das kriegen wir, glaube ich, die Folge noch fertig. Ich bräuchte gar nicht mehr so viele Eimer. Ich brauche insgesamt 12. Und ich habe gesagt, das ist ein Möbel... Teil natürlich. Es ist natürlich so ein Teil. Ich bräuchte... Wo ist der große Eimer? Da ist der große Eimer. Ja, ich kann genau 6 herstellen. Nee. 8. So. Jetzt habe ich 12 von diesen Eimern. Und die kann ich direkt einbauen. Äh. Da. Große Eimer. Jetzt kann ich die alten Teile... So. Und alles, was jetzt noch fehlt, sind theoretisch die Carbon-Stahlbarren. Genau. 15 Carbon-Stahlbarren fehlen noch. Und wir haben momentan... Hm. 4. Okay. Das ist episch viel. Episch viel. 5 von 15. Oh, das kann dauern. Okay, vielleicht kriegen wir jetzt doch nicht mehr die Folge fertig. Denn das ist schon so ein bisschen... Und Eisenbarren sollte ich auch herstellen. Brauche ich auch ganz dringend. Für den Schweißstab, glaube ich, oder? Wie war das nochmal? Den Schweißstab konnte ich, glaube ich, hier herstellen. Bei Werkzeug eventuell. Natürlich nicht. Sondern... Bei Teilen. Ich glaube, hier konnte man... Schweißstab. Nein. Nein. Okay. Ich... Ich bin gerade am überlegen. Wo konnte man denn den Schweißstab herstellen? Nein. Das wollte ich nicht. Ich wollte die Kupferplatte nehmen. Kann ich die denn jetzt nochmal... Ah, gut. Kupferbarren, sondern ich fülle hier mal nach. Auf tanken. Und ich tanke auch mal hier hinten noch auf. Zwei Tage. Fast drei Tage. Ja, das reicht nicht. Aber hier muss ich auch oft genug wieder nachfüllen. Ja, da wir jetzt eigentlich nichts mehr zu tun haben. Ich könnte Holz hacken. Aber ehrlich gesagt... Meine Motivation fürs Holz hacken hält sich gerade arg in Grenzen. Was habe ich denn noch für Aufträge? Beziehungsweise, wie kann ich nochmal... Wo ist nochmal der... Der Schleifstein? Schweißstein? Schweißstein. Das ist ein Schweißstein. Den konnte man irgendwo herstellen. Und zwar irgendwo, wo ich tatsächlich schon was habe, wo ich herstellen kann. Schleifstein, der war es nicht. Der Schweißstein sah ganz, ganz anders aus. Das war aber auch nicht das hier. Ah, genau hier. Schweißstab. Industrieller Ofen 3. Ah, richtig. Den konnte ich auch hier hinten machen. Der Schweißstab. War der nicht hier? Ähm... Ich dachte, der wäre hier gewesen. Egal, egal. Uns fehlt nur noch das Wasserrad. Es wäre so schön, wenn ich das fertig kriegen würde. Aber das dauert halt... Ja, es dauert noch anderthalb Tage, bis das fertig ist. Das kriegt, glaube ich, nicht mehr in die Folge. So. Können wir hier nochmal ein bisschen... So. Es sollte schneller gehen als 13. Ja, das geht ganz schnell. Okay. Dann lege ich mich mal schlafen, dass wir am nächsten Tag wieder... ...habe bei, die Kupferplatten. Aber das dauert auch zu lange. Ja, ich lege mich mal schlafen. Das dauert gerade alles zu lange und wir müssten uns dann so viel Zeit totschlagen. Probieren wir es doch einfach dann am nächsten Tag nochmal. Mit allem. Ja, bitte. Ich muss nicht in die Stadt hoch, denn ich habe ja alles, was ich brauche. Mir ist gerade was eingefallen. Ich habe das ganze Inventar voll von irgendwelchen... ...Zeug. Ich brauche keine Rohre zurzeit. Und die Barren brauche ich gerade eigentlich auch nicht. So, das tue ich jetzt einfach mal hier hin. Ich bräuchte nachher Kupferplatten, aber die tue ich dann einfach draußen in die Kiste. Genauso wie die Carbon-Stahlbarren. Dann packe ich jetzt das Holz nochmal weg. Und außerdem würde ich das Fleisch und den Tee gerne wegtun. So und so. Kräutertee kann ich ja keinen weiteren herstellen. Jetzt würde ich gerne die Verbände mitnehmen, die wir haben. Ich müsste davon... Genau, 15 Stück haben wir. Die nehme ich jetzt einfach mal mit. Und draußen lege ich dann in die Kiste die anderen Sachen, die ich jetzt nochmal im Inventar habe. Und dann gehen wir tatsächlich in die Collapsed Wastelands und versuchen unser Glück nochmal in diesem Dungeon. Während hier alles fröhlich herstellt. So, wir brauchen mal das letzte Salz, das wir haben. Und das und das hier herstellen. Dann lasse ich außerdem hier nochmal eine Kupferplatte fertigen. Und wenn ich noch einen Kupferbaden gleich finde... Perfekt. Na, nimm den. Perfekt. Dann können wir hier tatsächlich noch eine zweite Kupferplatte... Ja. Ganz wunderbar. Hier, da haben wir jetzt ein paar mehr. Ein Tag, weil ich tanke hier schon mal wieder auf. Jetzt 15. Ja, das dauert noch viel zu lange. Okay. Ich habe... Ich habe was zu essen dabei. Ich wollte Sachen hier in die äußere Kiste... Brauche ich denn in die Kiste hingelegt? Ich hatte hier... Da ist die Kiste. So, dann kann ich hier nämlich diese Sachen reintun. Aber das vielleicht nicht, oder? Notfalls hätten wir das noch dabei. Und dann reiten wir jetzt in die Collapsed Wastelands. Und probieren da mal unser Glück. Außer eventuell, ich sehe, dass jemand was von uns möchte. Adelt. Da fehlt das Wasserrad. Der Rest... Der Rest ist Geschichte. Das kennen wir ja schon. Ich sollte auch mal wieder Dinge ausgraben. Und das Nachladen. Allein schon deswegen freue ich mich, wenn wir in einer... Ich weiß echt nicht, warum es das gerade so extrem macht im Herbst. Das erscheint mir nicht ganz richtig, dass das passiert. So. Wir hätten natürlich auch das Töv Töv nehmen können. Dann würden wir uns hier jegliches zusammentreffen mit irgendwelchen unfreundlichen Gestalten sparen. Pferdchen galoppier mal weiter. Ich parke dich dann wieder vor dem Dungeon. So. Die Gegner sind hoffentlich alle weg. Ja, spätestens jetzt sind sie alle weg. So. Pferdchen. Ich möchte, dass du hier bleibst. Und ich gehe... Hier seht ihr, dass es klärt. Da haben wir alles bekommen, was wir bekommen haben. Aber hier noch nicht. Bei Level 2. Das heißt, ich gehe da nochmal rein und versuche nochmal mein Glück. Wir haben ihn eigentlich besiegt. Das irritiert mich so. Okay. Es geht das Scheu-Saal. Ich werde hier ein bisschen Schaden nehmen. Das ist, äh... Lässt sich leider nicht verhindern. Okay. Da müssen wir durch. Der Aufbau diesmal ist definitiv ein bisschen anders. Oh, da sind Kisten. Und was für schöne Kisten. Aber die maskierten Scheu-Saal sind... Oh. Okay. Ich sehe schon... Jetzt gehen wieder alte Teile. Jetzt mache ich hier die Kisten mal auf und schaue, was wir da rausbekommen. Es ist ein Ventil. Sehr gut. Und außerdem... Ein kleiner Silikon-Chip. Und zu guter Letzt... Noch ein Ventil. Perfekt. Dann können wir hier durch. Und jetzt geht es genau auch hier weiter. Dann würde ich einmal oder zweimal Fleisch essen, bevor wir fertig sind. Oh je. Okay. Okay, das ist hier sehr unangenehm mit dem vielen Gift. Aber es sieht auch sehr attrakt... Bin ich versehentlich letztes Mal in die erste Ebene noch mal reingegangen? Kann das sein? Ist das möglich? Weil das sah absolut nicht so garstig aus letztes Mal. Ich darf ja nicht ins Wasser. Okay, wir schauen, was wir hier drin haben. Noch ein Ventil. Wir kriegen Ventile zusammen. Einfach nur, indem wir hier rumlaufen. So, und wir bekommen noch ein kleiner Silikon-Chip. Ein sehr beliebter Drop hier. Und ich gehe mal weiter. Ich glaube, ich bin letztes Mal versehentlich nochmal in die erste Ebene rein, oder? Das würde Sinn machen. Denn die sieht jetzt so unglaublich anders aus. Aber so richtig anders? Okay. Ein kleiner Silikon-Chip und wir nehmen so viel Schaden. Aber ich heile mich einfach gleich nochmal mit dem normalen Essen. Und dann haben wir unsere... Zwacker, der weg ist. Und der zweite Zwacker weicht auch. Und dann haben wir da das kleine Scheusal. Maskierte Scheusal. So, und weg ist es. Da drüben sind wieder Kisten. Ich beschwere mich nicht. Definitiv nicht. Oh, vielleicht hätte ich den zuerst wegmachen sollen. Wir nehmen hier doch ein bisschen mehr Schaden. Und wir müssen... Wir müssen tatsächlich in dem Dungeon. Ich dachte, ich wäre auf Ebene 2 gegangen. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Ventil? Fragezeichen. Kupferspule. Okay. Hier vielleicht ein Ventil noch. Ja. Und lass mich raten. Ein kleiner Silikon-Chip. Eine Daten-Disk. Okay. Das Spiel hat jetzt ganz schnell den Loot geändert, damit ich mich täusche. Ja, so ist das nämlich. Hier war ich noch nicht. Da kam ich her. Das ist mir gerade egal, ob wir hier noch ein bisschen Schaden nehmen. Wir heilen uns sowieso gleich. Okay, aber jetzt sollte ich vielleicht doch langsam aufpassen. Sobald wir drun... Drun... Oh Gott. Das war mein Stuhl. Das tut mir leid. Das ist eine von den Rollen, muss es quer gewesen sein. Ähm... Sieben, bitte. Und essen. Kann ich das... Damit... Reicht das überhaupt? Nee, ich muss ein richtiges... Ich muss einen richtigen Verband nehmen. Und noch einen. Und noch einen. Und jetzt kann ich nochmal Fleisch essen. Und jetzt würde ich das theoretisch auch gerne umändern. Indem ich es einfach auf die 4 lege. In den Verband. Das haben wir hier. Maximale Ausdauer. Die brauche ich jetzt nicht. Das ist ein Gegengift. Aber das brauche ich jetzt auch nicht. Dann tue ich mir hier schnell die Sache nach oben. Und auf die 5 lege ich mal das Fleisch. Aber eigentlich möchte ich das jetzt nicht essen. Wir machen das wie letztes Mal. Und ich heile mich einfach immer wieder. Und dann hoffen wir einfach, dass wir den Tod bekommen. Indem wir hier immer mal wieder dodgen. Er hat uns erwischt. Aua. Wir müssen eigentlich nur besser sein als er. Und ich kann immer wieder unsere Wundsalbe nehmen. Die ist sehr viel besser als ich mit... Was? Oh, richtig. Ich muss ja wieder auf die 3. Töten. Wir kriegen auf jeden Fall tot. Wundsalbe, seit dann kriegen wir die Tod. Ich darf mich nur nicht zu sehr von ihm prügeln lassen. Aua. Jetzt habe ich keine... So. Manchmal habe ich das Gefühl, die Wundsalbe leckt ein bisschen. Dass sie nicht sofort erkannt wird. Ich habe doch jetzt nicht... Ich habe doch jetzt unmöglich schon 10 Wundsalben verwendet. Ich brauche ganz dringend Baumwolle. Ich muss Baumwolle kaufen. Aber er ist gleich tot. Der Chemie-Aussetzige ist gleich tot. Ja, komm. Stirb vollends. Stirb vollends. Ich heim mich jetzt nicht mehr. So, da haben wir es. Das müsste jetzt tatsächlich Ebene 2 sein, die wir gekleert haben. Und da haben wir wunderschöne Dinge bekommen. Perfekt. Natürlich mal jetzt hier noch die Kisten auf und holen alles sonst an, was hier noch umliegt. Essen und Münzen und überhaupt alles hier soll mir gehören. Dafür machen wir das ja, ne? Dafür machen wir das ja, ne? Für den Loot. Nein, natürlich machen wir es aus Gründen der Ethik. Wir können ja nicht zulassen, dass die hier... Achso, da konnte ich ja nicht hin. Ah, ja. Da konnte ich nicht hin. Hier war ich. Hier war ich. Und hier steht auch schon Exit dran. Ich brauche definitiv mehr Wundverbände. Okay. Jetzt ist es auch cleared. Okay. Ruinen verlassen, bitte. Das war letztes Mal nämlich ein Problem. Und ich würde sagen, weil der Tag jetzt aber noch so jung ist, werde ich gleich... werde ich gleich die Folge einmal unterbrechen. Aber das hier nehme ich noch mit. Fürs nächste Mal, wenn ich Kristallhalsketten machen muss. Und dann würde ich hier nämlich kurz unterbrechen und dann nächstes Mal vielleicht auch einfach die anderthalb Tage dann wieder aufnehmen. Und hoffen, dass die Zeit, dass die Länge dann halbwegs hinkommt. Das wäre sonst sehr, sehr peinlich. Wenn dann plötzlich... Manchmal haben wir ja auch so einen langen Tag, da ist dann... So einen sehr langen Tag, da ist dann eigentlich nur eine Folge lang. Ich kann hier durch. Bin ich hier schon mal durch? Nee, ich kann da nicht durch. Da fehlt irgendeine Textur. Ich wollte doch gerade sagen. Aber das ist furchtbar mit den Texturen. Und das ist schlimmer als das letzte Mal. Na gut. Ich mache jetzt erstmal Schluss, ihr Süßen. Macht euch noch einen flauschigen Tag. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich gucke mal, ob wir hier unten gleich Baumwolle kaufen können. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Macht euch, wie gesagt, noch einen flauschigen Tag. Und hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal wieder bei MyTimeAtPorsche. Wenn dann auch hier das Eck geladen hat. Bis dahin. Bye, bye.